Worldwatch wird Nachrichten per Satellit in Deutsch von der Deutschen Welt Berlin. SPS-Radio liefert unabhängig und ausgewogene Nachrichten von lokalen und internationalen Ereignissen aus einer australischen Perspektive. Sie können Ihr Programm hören, wann und wo Sie wollen. Auf Hallo- oder Digital-Radio, digitalem Fernsehen, online und mit Telefon. Sie können Ihr Programm hören, wann Sie wollen.